Hochzug kommt so hoch und glänzt umgeschwindet. Also die 430 PS, die fühlt sich aber nicht so richtig. Vielleicht hast du nur noch das Gefühl, der geht nur noch hoch. Was ist das? Gerade der M3 von einem Mitbewerber von uns. Da bin ich mal gespannt, ob er aufkommt. Monster. Das nenne ich Monster. Das ist das, was wir hier in der Mitte. Das ist das, was wir hier in der Mitte. Ich habe hier in der Mitte. Vielen Dank.